So, heute haben wir eine Mistegäste dran und wir fahren jetzt aufs Feld, da wo ein Mister Haufen liegt um da den ganzen Kram abzukämpfen. Da seht ihr's und jetzt haben wir noch so 5 bis 10 Minuten und dann sind wir da, wo das Zeug gesammelt wurde. So, jetzt sind wir da, wo das Zeug geht. So, jetzt sind wir da, wo das Zeug geht. So, jetzt sind wir da, wo das Zeug geht. Was wir jetzt die nächsten Tage auf jeden Fall nochmal machen müssen, ist, ja, den gesamten Wetter vom Mist zu befreien. Dazu muss aber erstmal der Kippanhänger leer werden und dann können wir das nämlich auch da oben hinfahren und die Frontschaufe muss fertig geschweißt werden, der letzte Halter zumindest. Der ist nur gepunktet, der muss nur durch geschweißt werden. Dann können wir da den Paddock mal Genski vom Mist befreien. so, da oben befasst. müssen wir hin. Das seht ihr schon in Reihe und Fried, hier oben am Waldesrand, da liegen schon die ganzen Liste auf. Da fahren wir jetzt auch hin und tippen unser bisschen dazu aus der kleinen Laufkiste, das ist wichtig. Aber ich denke mal, wenn wir den ganzen Head-off abfahren, dann wird es mindestens ein bis zwei Anhänger voll. So, jetzt muss ich mich ein bisschen konzentrieren hier. Jetzt wird es huppelig. Hinter dem Maisfeld fahren wir dann rechts hoch und dann kommen wir da oben hin, wo wir hin wollen. Kleineren Gang rein. Ja, da es doch ein bisschen geregnet hat, schalte ich jetzt mal den Allrad zu. Ehe ein bisschen durchgedreht. Hier links hinter dem Wüschel ist eine Sandkube. Die ist ein Privatbesitzer, würde ich auch mal gerne mit dem MP3 durchfahren. Mal gucken, das wäre so eine Verschaltung geschafft. So, da sehen wir uns schon. Da müssen wir uns irgendwo beikippen. Das ist ja nicht viel. Das Gute ist, diesmal habe ich die Schaufel dabei, damit wir auch mal alles runterkriegen. Das letzte Mal hatte ich irgendwie die Schaufel vergessen. Ja, ich gebe es da vorne in irgendeiner Lücke, so rückwärts schräg halb rein. Ich glaube, das ist gut. Wir kippen es doch ganz ans Ende. Bisschen schräg lager. So, einmal eine kleine Gruppe. Ich würde sagen, so könnten wir das Ganze jetzt abkippen. Sollen wir erstmal die Klappe rausmachen? Ich stelle euch mal ganz kurz dahin. Socke. 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 So, jetzt gucken wir mal. Kiste ganz hoch. Socke. 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 So. Socke. 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 Wenn man nicht da wird, wenn man nicht da ist. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Schreibt mir einen Kommentar, was ihr sehen wollt und dann werde ich das auf jeden Fall für das nächste Video berücksichtigen. Ich wünsche euch eine schöne Woche, bis dann, Tschüss!